hallo martin hier ich grüße euch der options trader eyesight and mindset eines der kraftvollsten psychologischen aspekte wie ich finde und ich möchte gerne die wichtigsten gedanken die kerngedanken mit euch teilen wirklich sehr sehr interessant dieses video denke ich für alle hat jetzt mit trading nicht direkt zu tun aber ganz bestimmt indirekt denn es bezieht sich auf uns menschen wie wir die dinge sehen ganz schnell eyesight und mindset hier eyesight ganz kurz du beurteilst die dinge so wie du sie siehst ja also zum beispiel es gibt eine wirtschaftskrise oder es gibt keine jobs das steht in den zeitungen überall steht wirtschaftsflaut alles alles schlecht und du probierst zwar ein bisschen ein paar bewerbungen zu machen aber nach ein zwei versuchen sagst du ne da gibt es keine jobs das ist so und das ist die eyesight die mein zeit sagt ist unabhängig was in den zeitung oder irgendwo steht du sagst ja oder mein zeit sagt so wie du dinge interpretiert die du siehst also du sagst ich finde einen job egal wo und wann ich werde alles dafür tun ich werde alles in meiner macht stehende tun damit ich weiterkomme lerne es besser mache egal was es kostet es ist möglich ja das ist deine mein zeit ja wichtig ist wie du die dinge interpretiert das ist ein sehr kraftvoller gedanke das ist sehr sehr kraftvoll und ich denke die interpretation der dinge sprich probleme die uns natürlich jeden tag hier im leben widerfahren ist ein ganz wesentlicher charakterzug und charakter ist etwas was dich formt was auch natürlich einfluss hat auf erfolg oder nicht erfolg sehr gute beispiele du bekommst einen strafzettel du bekommst einen strafzettel einen gerechtfertigten ja so der ist sehr hoch aber die strafe der bußgeldkatalog war so was ist deine reaktion du sagst eyesight heißt scheißbehörden 50 euro so viel geld ja alles scheiße und doof und nächstes mal wähle ich einen anderen bürgermeister und der macht vielleicht billigere bußgelder mein zeit würde bedeuten du analysierst was hast du falsch gemacht ja ich habe 30 minuten länger geparkt ich war schuld denn ich hätte kommen können und noch einmal einwerfen können ich nicht übernehme die volle verantwortung ich war mir völlig bewusst dass ich mit dem auto fahre dass ich dort parke und die parkzeit überschritten habe also ist das die konsequenz ich brauche mich nicht ärgern und ich werde das nächstes mal das anders machen das ist die mein zeit ja du regst dich nicht auf du schlürfst deinen kaffee im auto hörst schöne musik ja gleiche situation andere reaktion ja das heißt die reaktion ist es die dich ausmacht in der form ja das ist sehr sehr kraftvoll und wie du an die dinge rangehst wie du sie siehst und interpretiert entscheidet über erfolg oder misserfolg ja das ist also wirklich sehr sehr interessant ein ein beispiel zum beispiel gibt es ein beispiel von zwei männern war also in der wirtschaftskrise und es waren gute freunde beide waren top manager und wurden beide arbeitslos ja der eine oder beide haben gleichzeitig begonnen eine arbeit zu finden der eine hat nach drei vier versuchen halt ständig absagen bekommen und hat das hingeschmissen hat gesagt da gibt es keine jobs ich bleibe zu hause dann ist er zu hause geblieben hat getrunken hat dann streit bekommen mit seiner frau und hat keine chance gesehen da draußen gibt es keine jobs es ist eine krise oder hat aufgegeben der andere hat nicht aufgegeben hat gesagt da draußen gibt es einen job für mich ja ich werde ihn finden solange wie ich laufen kann ja und er hat alles mögliche getan zeitungsannonce überall hat er seine nummer aufgehängt er ist zu firmen gegangen hat gesagt ich mache sogar freiwillige arbeit ich möchte nicht zu hause sitzen und mich langweilen und fernsehen schauen sondern ich möchte mein wissen verwenden ihr braucht ihr mir nichts geben ich möchte einfach nur etwas sinnvolles tun da ist er von firma zu firma gegangen ja und eine firma hat gesagt okay du brauchst mir wirklich nichts geben und er war dort er hat dort gearbeitet als volontier das ist eine echte geschichte ne und war eigentlich dort der beste angestellte der war von morgens bis abends dort weil er froh war dass er etwas getan hat ja und nach drei monaten wurde eine stelle im management bereich frei ja und ihr könnt dreimal raten wer diese stelle dann später bekommen hat er hat den job bekommen gleiche situation gleiche voraussetzung eyesight and mindset dann hat gesagt ich werde es finden es geht it's possible ich kann es tun dann hat gesagt es geht nicht da gibt es nichts und so und das ist ganz entscheidend ja und ein zweites beispiel ist hier zum beispiel auch die die four minute mile von roger bannister ja und roger bannister hat als erster mensch am sechsten meint 1954 die meile unter vier minuten gelaufen ja und es ist so was hat sich verändert so der allgemeine glaube vor 1954 war dass man die vier minuten nicht schaffen kann man kann die meile nicht unter vier minuten schaffen das war die eyesight das war der allgemeine glaube roger bannister hat das so nicht gesehen hat gesagt es muss möglich sein es geht es gibt einen weg ich muss härter trainieren ich muss anders trainieren was auch immer und plötzlich hat er sich von der eisheit gesellschaft sozusagen loszulösen und jetzt wird spannend nachdem er als 20.000 menschen weltweit haben die es geschafft darunter auch studenten also keine profi renner oder profiathleten sondern auch hobbyathleten haben das ausgeschafft auch geschafft warum haben die es geschafft weil der allgemeine glaube sich verändert hat weil viele nun gesehen haben dass es möglich ist it's possible also sie sind mit dem bewusstsein ins rennen gelaufen dass es möglich ist ja und das hat die menschen verändern das heißt gäbe es ein roger bannister nicht ja und gäbe es später auch keine anderen roger bannister oder würden wir alle eyesight menschen sein dann würden wir wahrscheinlich überhaupt nicht so weit gekommen sein mit unserer gesellschaft wie wir jetzt gerade sind und ich denke dass auch das natürlich für die allgemeinheit gilt für die entwicklung für die forschung für alle möglichen dinge aber auch für das private leben ja um einfach den leuten die um dich herum sind oft ja blockaden sind ja das geht nicht und so einfach du dein ding durch ziehst ja es ist möglich ich werde einen job finden du bist 60 jahre 70 jahre und du möchtest arbeiten dann wirst du einen job finden auch wenn 99 prozent um dich herum sagen du bist schon zu alt was auch immer schwarzenegger hat damals auch zu seinen agenten gesagt ich möchte schauspieler werden alle haben ihn ausgelacht du mit einem österreichischen akzent ja und was ist er geworden einer der bekanntesten schauspieler der welt ich glaube auf dem ganzen kontinent wenn du schwarzenegger saß kennt jeder mensch schwarzenegger und das sind nicht nur beispiele aber das ist einfach dass ihr oder wir ein mind eine mindzeit kopf und gehirn trainieren müssen und zwar dahingehend zu trainieren wie ich vor allem die die probleme die fehler oder was ich interpretiere die fähigkeit diese interpretation richtig zu steuern und zu leben ist ein wesentlicher punkt auch im trading natürlich auch im trading irgendwann sukzessiv erfolgreich zu sein ja sukzessiv nachhaltig ganz ganz interessant ganz ganz wichtig eyesight and mindset ich hoffe dass ich jetzt nur noch mindset menschen in meinem kanal habe die habe ich sowieso und ja interessant k t h h h h h h h le